Aufs Lecken steht sie ja sowieso total, aber letztens waren wir wieder in der Dusche und ich meine, das warme Wasser steht sie voll drauf und dann kommt sie auch immer so schnell, aber letztens ist sie so zusammengesackt dabei, dass ich mir echt fast den Kopf angestoßen habe, weil ich so dachte, wow, was geht denn jetzt? Im letzten Video ging es ja um die Frage, ob Frauen lieber geleckt oder gefingert werden und die meisten Frauen kommen einfach klitoral am besten zum Orgasmus, deswegen steht das Lecken ganz weit oben auf der Wunschliste. Die 69er Stellung ist eine der beliebtesten Stellungen zum Lecken überhaupt. Genau, es geht um diese Stellung, aber auch um ein paar andere Möglichkeiten, wie ihr es euch beim Lecken gut bequem machen könnt. Das Video zum Lecken oder Fingern solltet ihr aber auf jeden Fall vorher gesehen haben, denn jetzt geht es nur um die Stellung, die fürs Lecken richtig gut sind. Damit du die passende Stellung für dich findest, zeigen wir dir gleich erstmal, welche Stellungen sich für was besonders gut eignen. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu ein paar Fragen, die du dir vorher stellen solltest, bevor du die Stellung aussuchst. Und auch beim Lecken sollte es bequem sein, und zwar für beide. Es geht ja nicht darum, möglichst viele Verrenkungen einzubauen, sondern dass ihr beide Spaß habt. Und wenn du mal irgendwo gehört hast, hey, die Stellung ist besonders cool oder das sieht total toll aus, ja, das kann sein, muss aber nicht. Also nicht zu sehr an diesen Vorstellungen kleben, sondern eher überlegen, hey, was macht euch beiden Spaß? Für die Frauen ist es oft besonders wichtig, dass sie gut entspannen können. Das bedeutet vor allem die Beine, aber eventuell auch den gesamten Körper. Und vor allem bei dem Orgasmus ist es wichtig, dass sie sich fallen lassen kann und dass sie wirklich loslassen kann. Und das geht nun mal nicht für jede Frau in jeder Position. Und deswegen könnt ihr vorher überlegen, gibt es denn eine Position, also eine Stellung, die sie besonders anmacht, die sie einfach nur geil findet. Egal, ob jetzt im Sitzen, im Liegen oder auch zum Beispiel direkt auf deinem Gesicht. Und auf welcher Art der Stimulation ist es wirklich überwiegend die Klitorale oder vielleicht doch zusätzlich auch eine Vaginale oder auch Anale Stimulation. Und dann ist auch die Frage, ob sie es gerne mag, wenn du ihre Brüste oder ihren Po mit einbeziehst. Zusammengefasst kann man also sagen, dass es vier wesentliche Fragen für die Frau gibt. Zuerst mal, wie kann sie gut entspannen? Auf die Beine bezogen, den gesamten Körper, aber vor allem den Geist? Gibt es eine bestimmte Position? Damit sind wir schon bei zweitens, also eine Stellung, die sie allgemein ziemlich heiß findet. Und drittens, da sind wir schon bei den Genitalien. Welche Art der Stimulation mag sie an den Genitalien besonders gerne? Und zu guter Letzt, viertens, wo am Körper außerhalb der Genitalien wünscht sie sich noch eine zusätzliche Stimulation? Bei den Männern wiederum gibt es drei wesentliche Fragen. Zum einen, wie hält man möglichst lange durch, damit man keinen steifen Nacken oder eingeschlafene Beine oder ähnlichen Kram kriegt? Es kann schon mal was länger dauern, bis eine Frau zum Höhepunkt kommt. Das ist ja auch normal und gehört dazu. Stell dich also vorher darauf ein, bevor es schon losgeht. Und das Zweite ist dann, wo willst du stimulieren? Willst du sie zum Beispiel viel am After stimulieren, dann eignen sich Stellungen im Sitzen eher schlecht. Und drittens, welche Position macht dich denn eigentlich besonders an? Es soll euch ja schließlich beiden Spaß machen und du kannst der Frau ruhig auch zeigen, dass das Ganze für dich auch sehr reizvoll ist. So, wenn du jetzt alle Fragen für dich geklärt hast, dann kommen wir jetzt zur Qual der Wahl. Denn Spaß machen sie alle unsere Stellungen. Liegt sie auf dem Rücken, hast du als Mann die Möglichkeit, beim nach oben schauen zum einen den gesamten Körper zu sehen und auch ihr lustverzerrtes Gesicht. Und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, nicht nur an den Hintern ranzukommen, sondern auch rumzugreifen und bis zu den Brüsten hochzufassen, was ja auch schön sein kann. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass wenn du die ganze Zeit nur auf dem Bauch liegst, dass dann irgendwann der Nacken steif wird, dann haben wir einen kleinen Tipp für dich. Dann geh doch vielleicht mal vom Bett runter, knie dich vor das Bett, du kannst auch ein Kissen unterschieben und zieh sie zu dir ran, sodass du die Füße auch neben dir auf den Boden abstellen kannst. Dann ist es nämlich wesentlich bequemer und du hast trotzdem noch die ganzen Vorzüge, die Jan eben gesagt hat. Zum Glück gibt es in den meisten Betten ja auch zwei Kissen, somit kannst du eins unter deine Knie legen und das andere bei ihr unter das Gesäß. Dadurch kommt das gesamte Becken höher und du hast vorne einen besseren Zugang, aber auch hinten und natürlich auch zu den Backen. Und das Ganze kann noch lustvoller für sie sein, wenn die Beine weit geöffnet werden, was auch an der Bettkante sitzen sehr gut möglich ist. Lecken im Sitzen ist besonders reizvoll, weil es nicht nur auf das Bett beschränkt ist, sondern natürlich auch außerhalb stattfinden kann. Und Lecken im Sitzen ist ganz besonders bequem, zum Beispiel auf einem Sessel wie diesem hier. Da können nämlich dann die Beine abgelegt werden, auf den beiden Arm lehnen. Und das Lecken hat im Sitzen nicht nur den Vorteil, dass sie sehen kann, was unten passiert, sondern sie hat auch gut die Kontrolle, seinen Kopf zu kontrollieren, mit den Händen zum Beispiel. Und diese Kontrolle gibt ihr natürlich eine gewisse, naja, Machtposition. Du als Mann kannst beim Lecken im Sitzen auch ganz bequem vor ihr knien. Und das wiederum bietet den Vorteil, dass sie ihre Beine oder auch die Füße auf deinen Schultern ablegen kann und sich so viel besser entspannen kann und auch eher zum Orgasmus kommen kann. Das geht natürlich nicht nur auf dem Sessel sitzen, sondern auch dann, wenn sie auf dem Tisch oder zum Beispiel der Arbeitsplatte in der Küche sitzt. Und das kann das Kochen für beide versüßen. Etwas, das nicht so gut geht, haben wir schon angesprochen, den Anus oder auch die Vagina innen zu stimulieren, ist bei den Positionen im Sitzen meist nicht ganz so einfach. Dafür kommt man natürlich an die Brüste entsprechend besser ran. Auf dem Gesicht des Mannes zu sitzen, ist zwar die Fantasie vieler Frauen, aber viele trauen sich nicht, diese Fantasie auszuleben. Schade, denn der Vorteil für den Mann ist, dass du an alles total gut drankommen kannst. Sowohl an den Anus als auch an den Po, an die Brüste, an die Vagina, an die Klitoris, an alles. Es gibt zwei unterschiedliche Arten. Also für den Mann ist es erstmal gut bequem, wenn er sich auf den Rücken legt und sie sich drauf setzt. Und dann gibt es da zwei Richtungen. Das heißt, zum einen kann sie mit der Klitoris in Richtung vom Gesicht des Mannes sitzen. Oder sie dreht sich um, was den analen Zugang etwas erleichtert und gleichzeitig eben den vaginalen Zugang verändert. Das heißt, macht euch immer klar, will ich jetzt vaginal oder anal mehr stimulieren? Und dann kann man natürlich den Finger dazu nehmen. Da eignet sich in dieser Stellung besonders der Daumen. Und wie die Frau auf dir sitzt, macht natürlich einen großen Unterschied, auch für sie, also in der Art der Stimulation. Ob sie also mit dem Gesicht nach vorne dir zugewandt ist oder aber, ob sie sich umdreht und mit dem Gesicht abgewandt ist. In der Position beispielsweise kann sie dich auch mit verwöhnen, weil sie in der Position viel einfacher an deinen Penis kommt. Natürlich geht das Ganze auch im Stehen, wenn sie sich zum Beispiel eine Wand anlehnt und der Mann davor kniet oder hockt. Wenn man das Ganze in der Dusche macht, ist das auch gut, solange er dabei noch Luft bekommt. Das heißt, ein bisschen darauf achten, dass er nicht die ganze Zeit das ganze Wasser in den Mund bekommt, sondern zum Beispiel über den Rücken ablaufen lassen. Frauen können in dieser Position generell die meiste Kontrolle ausüben und somit das Tempo, aber auch den Druck und den Mann ziemlich gut steuern. Lecken von hinten kann für euch beide ganz besondere Qualitäten haben. Für dich als Mann kann es besonders schön sein, ihr Hinterteil von hinten zu sehen, vielleicht auch ihren Anus zu sehen und ihre Vagina, wie sie sich leicht öffnet. Und dabei kannst du ganz anders stimulieren als in den anderen Positionen. Du kommst nämlich an die Klitorisspitze auch nur mit der Zungenspitze dran in der Position, dafür aber mit den Händen oder auch mit Lippe und der Zunge natürlich an den Vaginaeingang deutlich besser. Besonders gut lässt sich natürlich in dieser Position der Anus mit stimulieren und auch die Pobacken kannst du in der Position ganz wunderbar verwöhnen. Die Frau kann in der Position entweder knien oder auch stehen. Wenn sie kniet und du sie auf die Bettkante positionierst, hast du sogar noch Raum dahinter, dass du hinter ihr knien kannst. Im Stehen sollte man auch etwas Raum lassen und zwar zwischen ihr und der Wand. So fällt es ihr nämlich viel leichter, den Hintern rauszustrecken und entsprechend zugänglich zu machen. Und eine andere Möglichkeit ist, den Oberkörper komplett abzulegen, zum Beispiel auf einem Tisch, der sollte dann allerdings stabil sein. Viel wichtiger aber noch als diese ganzen Stellungen und die Details ist eine Grundlage und zwar die Kommunikation. Also an die Frauen da draußen, sag ihnen bitte, was dir gefällt, denn nur dann kann das dir auch wirklich geben. Das waren jetzt ganz schön viele Anregungen zum Thema Lecken. Damit es euch aber noch mehr Spaß macht, beantworten wir euch im nächsten Video eine Frage, die von euch sehr häufig gestellt wird. Genau, was kann man tun, wenn sie nicht schmeckt, also untenrum nicht schmeckt. Von euch hätten wir jetzt gerne einen Daumen hoch für dieses Video, wenn ihr sagt, Lecken ist eine super Sache. Und ja, wenn nicht, dann nicht. Sicher macht es echt Spaß, auch gut geleckt.